Ja, grüßt euch, Buum. Heute soll es nochmal um Rhetorik, Argumentation und vor allem Logik gehen. Auf das wollte ich nochmal genauer eingehen, vor allem, dass man hier noch einen klareren Durchblick erhält, vor allem in der Red Pill, weil da bekommt man ja öfters mal allgemein diese Rhetorik an den Kopf geschmissen, denn da habe ich einen Kommentar bekommen bezüglich diesen ganzen Diffamierungsstrategien vom Schmirgel und Co. Das lesen wir uns jetzt nochmal durch. Da sagt er, und wie genau soll man nun mit solchen Diffamierungen umgehen, innerlich und, naja, gesamtgesellschaftlich? Soll man sich Sorgen machen oder einfach auslachen, dieses Zeug? Was ist, wenn man merkt, andere glauben diesen Berichten? Und da schreibt hier der Joiner schon die richtige Antwort, was andere glauben, finden nur zwischen deren beiden Ohren statt. Als Red Pill sollte man solche täglichen Beschämungen einfach kurz einordnen und dann einfach abperlen lassen und ignorieren. Absolut richtig. Man kann andere in keiner Weise verändern, also sollte man das auch gar nicht versuchen. Das ist einfach sinnlos. Man kann natürlich bestimmte, ja, kritische Ansichten in den anderen hervorrufen, indem man hier die richtigen Fragen stellt, aber im Großen und Ganzen kann man ihm da absolut recht geben, denn, das ist ja auch das größte Problem, die Leute, die ja diese Beschämungen, ja, Strommänner und so weiter, wie wir es da nochmal genauer sehen, benutzen, denen fehlt es ja wirklich an der Fähigkeit zur Rationalität und zur Logik und wie willst du denn hier diese emotionalen Beweisführung, weil was anderes ist es ja oft nicht mit Rationalität und Logik denn kommen. Das sind ja, wie gesagt, zwei unterschiedliche Sprachen, wenn man schon so sagen möchte. Und da muss man halt einfach das müde belächeln, vielleicht wie einen Shit-Test behandeln und, ja, an sich abperlen lassen. Und damit gucken wir uns nochmal hier diese klassische Argumentationspyramide an, die ihr ja schon mal im NPC-Algorithmus gesehen habt, nämlich hier, um überhaupt sowas auszudiskutieren, braucht man ja einen Erwachsenen-Diskussionspartner und nicht kleine Kinder. Von denen hört man ja wie ganz unten immer Beleidigungen. Oh, du bist ein Depp, du bist ein Arsch und, oh, das und das Insel. Das sind ja kleinkindliche, infantile Aussagen, die man hier einfach total ignorieren muss. Man kann ja dann auch hier einen klassischen Shit-Test, ja, wenn sie dich dann wegen XYZ beleidigen, zustimmen und überspitzen, ja. Ein Kumpel von mir, der ist nur 1,69, der kriegt öfters mal sowas ab, ja, Beleidigungen, Shit-Test, ja. Oh, du kleiner Knirps, was willst du? Dann sagt er halt, in der Kürze steckt die Würze. Aber, im Großen und Ganzen, mei, das Beste ist, was ich euch rate, eine 0% Bullshit-Toleranz zu haben und sowas gar nicht ernst nehmen und sich von Diskussionen mit solchen Leuten dann einfach zu entfernen, wenn sie nicht wie Erwachsene agieren. Denn normalerweise, in einer Erwachsenen-Diskussion schaut man sich den Punkt des Gegenübers an und versucht denen zu widerlegen mit einem besseren Argument. Oder hier halt, zeigt den Fehler auf mit Zitaten, warum das Argument fehlerhaft ist. Oder Gegenargumente widerspricht und unterstützt das Gegenargument mit Begründungen und oder Belegen. Und da hört es ja dann letztendlich auch auf, wenn diese drei Kernaspekte nicht vorzufinden sind, mei, dann halt, warum mit Kleinkindern diskutieren? Das ist ja genau das. Und normalerweise hat man in der Schule ja das gelernt, man baut ein Argument auf. Zuerst die Behauptung, die Begründung und das Beispiel. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, okay, Frauen sind hypergamen, wir sehen den strategischen Pluralismus oder die Partnerwahl, der Mr. Sexy will kurzzeitig, Beta-Versorger langzeitig, wegen XYZ, hier hat man diese Beweise und die ganze Empirie, die dahinter ist, Benutzerverhalten von Apps und so weiter und so fort. Das könnte man dann widerlegen, indem man das sozusagen falsifiziert und eine Gegenstudie oder ganz viele sozusagen im Gegenargument dann was dagegen bringt. Dann kann man gucken, okay, wo hat der andere Recht? Wo hat derjenige Recht, der das ursprüngliche Argument gemacht hat? Oder hier halt dann die Fehler in dem ursprünglichen Argument aufzuzeigen. Aber wenn es dann wirklich hier dann weiter runterkommt, vor allem ja einfach die Gegenposition, wie so ein kleines Kind, na, das stimmt nicht, mei, das wird ja großartig, dann weiter Zeit und Energie reinbotern. Oder dann, wenn sie sagen, oh, der Ton, der hat mir vielleicht gar nicht gefallen, deswegen ist das Argument fehlerhaft. Auch leider Schwachsinn und da merkt schon ungefähr, auf welcher geistigen Reife sich dann die Leute befinden. Oder, weil sie ja dann meistens auch so im Englischen heißt es butthurt sind, wegen der kognitiven Dissonanz, dass sie dich dann irgendwie angreifen in diesem klassischen Ad hominem, wie wir später dann nochmal in der Gesamtauflistung auch sehen, dass sie dann dich als Charakter angreifen oder die Autorität, oh, du hast ja nicht den Titel und das, das, das. Du bist nicht so alt, du hast nicht letztendlich das richtige Geschlecht oder die richtige Herkunft. Alles Schwachsinn, weil es ja nicht die Aussagekraft oder den Wahrheitsgehalt der Kernaussage des zentralen Punkts, wie hier ganz oben, in irgendeiner Art und Weise widerlegt, weil völlig wurscht, wie jetzt zum Beispiel der Armumfang von einem ist, wenn man jetzt drei Zentimeter mehr Bizeps hat, macht das ja nicht die Wahrheit dieses gemachten Arguments mehr wahr. Und das muss man eben verstehen. Und Leute, die halt hier auf der Kinderebene diskutieren, in Anführungszeichen diskutieren, mei, die muss man halt, wie der Joyner hier sagt, ja, einfach müde belächeln und dann halt seines Weges gehen. Null Prozent Bullshit-Toleranz lege ich euch hier ans Herz. Vor allem in diesen ewigen Diskussionen, was ich viele Männer dann auch immer wieder sehe, dass sie dann hier vor allem mit den emotional unreiferen Frauen in ewige Debatten, in Streits und sich da aufarbeiten, emotional dann auch fertig machen. Da muss man einfach sagen, ja, du weißt ja, wo die Tür ist, wenn du dich wieder wie eine Erwachsene verhalten kannst. Und wenn es hier wirklich um, ja, eine Auseinandersetzung geht, ja, irgendwelche Beziehungsdynamiken oder um die Kinder oder so weiter, dann muss man halt drauf schauen, dass sie sich hier auch wie eine Erwachsene verhält, ja. Kommt demnächst auch noch daran, wie wichtig emotionale Reife ist. Und wenn sie es dann nicht kann, muss man die Person, jetzt nicht nur explizit Frauen, aber die Person gegenüber zur Verantwortung ziehen und sagen, pass auf, solange du dich hier unten wie ein Kleinkind aufführst und rumblärst oder Beleidigungen um dich schmeißt wie ein wütendes zwölfjähriges Kind, mei, so ist eine Diskussion nicht möglich. Auch hier immer so wichtig, diese Grenzen zu setzen mit der Null-Prozent-Bullshit-Toleranz, weil hierdurch ja dann letztendlich positives Verhalten wieder gefördert wird. Weil, wie heißt es so schön, Aufmerksamkeit ist ja immer wieder ein Verstärker für positives, aber halt auch leider für negatives Verhalten. Und wenn sich dann die Männer da immer in solche Nicht-Argumente stürzen, bestärken sie das ja nur noch irgendwoher, deswegen Aufmerksamkeit abziehen und dann sagen, ja, hier ist die Tür. Wir sprechen wieder, wenn du dich wie eine Erwachsene verhalten kannst. Das ärgert es ja dann umso mehr, reagieren dann oftmals mit der narzisstischen Wut, weil das korreliert ja meistens mit diesen, ja, emotionalen Kleinkindern im Körper von Erwachsenen, aber trotzdem hilft halt nichts, wie man sagt. Und damit kommen wir auch zu einem super Überblick dieser Seite hier. Vielleicht kennen es einige von euch schon, du sollst keine logischen Fehlschlüsse ziehen und da sehen wir eben die logischen Sackgassen, die sehr oft hier damit dann auch einhergehen und die gucken wir uns jetzt nochmal genauer an, um das Spektrum nochmal zu erweitern, dass wenn ihr sowas seht in Diskussionen, dass ihr dann wisst, wie damit zu agieren ist. Hier der erste, der Klassiker, der ewige Strohmann, wie ich ihn ja vor kurzem genannt habe, das Argument des Gegenübers verdrehen, um es angreifbarer zu machen. Und hier ist halt die Lösung, dass man das eben aufzeigt, hey, pass auf, das wurde niemals so geäußert, wie das du hier unterstellst, um da eben ja meistens, ja, oh, das ist ein Frauenhasser oder so, ist ja dann oftmals, dass man hier diesen Gegenüber als böse darstellt, wie man öfters ja auch aus dem Mainstream dann mitbekommt, aber halt leider kein Argument. Der zweite ist die sogenannte Scheinkausalität. Du hast angenommen, dass die echte oder eingebildete Beziehung zweier Dinge zueinander bedeutet, dass die eine die Ursache der anderen ist, also dass man dann irgendwo sagt, ja, die verhalten sich so, weil da das ominöse Patriarchat ist, das hat dann irgendwie alles gemacht und ist dann dafür letztendlich der Verursacher, aber wie wir schon öfters mal aufgezeigt haben, spricht es dann halt leider auch nicht der Realität. Drittens, das Gefühlsargument. Du hast versucht, eine emotionale Reaktion zu provozieren, anstatt ein stichhaltiges oder schlüssiges Argument anzubringen. Und das sehen wir dann auch oft, wie vorhin schon gesagt, in Beziehungen mit emotionaler Beweisführung oder dass vor allem die Frauen dann versuchen, den Mann irgendwie aufzustacheln oder vor allem dann hier an die Emotionen zu appellieren, dass man, ja, so Krokodils drehen und, oh, schau mal, oh, ja, denkt doch an die Kinder um Gottes Willen. Lauter solche Tricks mehr oder weniger. Aber hier muss man dann halt das auch letztendlich benennen und sagen, nein, so läuft es hier nicht. Hier gelten nur logische Argumente. Hier steht es auch, Gefühlsargumente umfassen Appelle an Angst, Neid, Hass, Mitleid, Stolz und mehr. Dabei ist es wichtig zu berücksichtigen, dass ein logisch-stimmiges Argument durchaus eine emotionale Reaktion hervorrufen kann. Das Problem und der Trugschluss treten jedoch auf, wenn Emotionen an die Stelle eines logischen Arguments treten oder diese verschleiern, dass für eine Position kein rationales Argument existiert. Man muss hier immer wieder auf die Rationalität und auf die Logik zurückweisen oder zweiteres, sich mit solchen Leuten dann einfach nicht weiter auseinandersetzen. Hier der vierte, das ist der Fehlschluss, Fehlschluss. Den sehen wir nämlich auch hier. Du hast angenommen, dass eine Behauptung, die mit schlechten Argumenten oder Fehlschlüssen begründet wurde, selbst auch falsch sein müsse. Ja, wenn man hier manchmal in gemachten Argumenten einen kleinen Fehler drin hat, dann versuchen die oftmals drauf zu zeigen, ah, schau, hier ist ein kleiner Fehlschluss drin. Aber das negiert ja oftmals nicht das letztendliche Argument. Sowas sieht man dann öfters, wenn jetzt einer sich noch nicht so gut mit der Red Pill auseinandersetzt oder die Materie kennt und dann ein schlechteres Argument, ja, hier gibt es Hypergamie und Monkey Branching und so weiter, macht. Und da fügt er aufgrund der Red Pill Rage bestimmte falsche Bestandteile dieses Arguments mit ein, dass man dann sagt, ah, okay, schau hier, da hast du was Falsches gesagt, also gibt es die Hypergamie gar nicht. Auch hier wieder sehr schön dieser Fehlschluss, Fehlschluss, der aber trotzdem nicht die Grundprämisse widerlegt. Das nächste ist das Darmbruch-Argument, das habt ihr bei mir auch schon mal gesehen, markiere ich euch nochmal hier oben, dass man sagt, ja, wenn wir jetzt uns eingestehen, dass die Menschen oder vor allem hier die Geschlechter auf der individuellen Ebene oder eben im Gruppenunterschied Unterschiede vorweisen, dann ist es sozusagen schon die Einbahnstraße in Richtung Geschlechterkrieg, dass man eben hier von A auf Z schließt, leider halt auch ein logischer Fehlschluss, der in der Realität so nicht vorzufinden ist. Der All-Time-Klassiker, das Argumentum ad hominem, dass man eben den Charakter oder eine persönliche Eigenschaft des Gegenübers angreift, um dessen Argumentation zu untergraben. Das sehen wir vor allem sehr häufig von den Bluepel-NPCs, die dann ja hier die persönlichen Eigenschaften, den Charakter mit Beleidigungen oder, oh, du hast nicht den Titel und du bist nur jung und lauter so ein Schwachsinn. Völlig wurscht, wie vorhin schon gesagt, im Grunde, im Kern zählt nur das Argument, die Rationalität und die Logik. Und dabei ist es völlig wurscht, wer dieses Argument letztendlich hervorbringt. Und das ist ja auch einer der Kernbestandteile dieser ganzen Diffamierungen, die man da ja auch immer wieder her... Und die kann man dann eben entweder benennen oder dann einfach irgendwann ignorieren, weil man hört es halt immer und immer wieder und irgendwann wird es ja auch langweilig, weil es ja auch so irrational ist und dieser kindlichen Logik in Anführungszeichen hier ganz unten in der Argumentationspyramide entspricht. Es sind ja dann auch immer wieder häufig diese Kleinkinder, die dann halt sagen, oh, du Blödi, da kannst du dich genauso in den Kindergarten stellen, da siehst du die gleichen Dynamiken. Also warum mit Kleinkindern im Geiste hier großartige logische Diskussionen führen. Ähnlich ist hier auch das To-Quo-Quo, dass man sagt, okay, hier diese Kritik stimmt nicht selber, du auch, dass man da irgendwie so einen Spiegel, Gummimauer, wie man es auch aus dem Kindergarten oder aus der Grundschule erkennt, indem man die Kritik einfach zurückgibt, also Kritik mit Kritik beantworten. Da sieht man dann halt auch diese Ablenkung, wie hier unten in dem Beispiel, dass eben der Wahrheitsgehalt der Behauptung nicht hinterfragt wird, sondern ein anderer Fehlschluss oder eine vorangegangene Falschaussage oder eine vermeintliche einfach herangezogen wird und dann gesagt, du hast das aber auch gemacht. Die persönliche Skepsis ist, dass man etwas nicht verstanden hat, weil es eben komplex ist oder nicht weiß, wie es funktioniert, aber man dann daraus folgend einfach behauptet, dass es wahrscheinlich nicht wahr ist. Also vor allem im Kontext der Red Pill, die ist ja sehr komplex auch irgendwo, weil du viele Bereiche der Wissenschaft hier mit reinbeziehst, dass man sagt, ja, das ist so komplex, das ist wahrscheinlich gar nicht wahr. Hier in dieser Begründung, komplexe Themen wie biologische Evolution durch natürliche Selektion setzen ein gewisses Maß an Verständnis voraus, bevor man in der Lage ist, ein fundiertes Urteil über das Thema zu fällen. Dieser Fehlschluss dient regelmäßig als Ersatz für den Mangel an eben solchen Verständnis. Und das ist ja dann die Leute, die vielleicht auch nicht die Fähigkeit haben oder die Intelligenz, die Red Pill zu begreifen, dass sie dann sagen, na, das stimmt nicht, das ist hier Schwachsinn. Oder dass man dann halt auch sagt, na, okay, habe ich nicht verstanden, das war doch der unsichtbare Mann im Himmel, der hat das alles gemacht. Auch ein Klassiker hier, der Sonderfall auf Englisch, Special Pleading oder Goalpost Shifting, dass man versucht, hier immer wieder neue Fahnen zu setzen und noch mehr Grundbedingungen voraussetzt, dass man eben das Argument glaubt. Du hast die Kriterien verändert oder eine Ausnahme erfunden, weil deine Behauptung als falsch entlarvt worden ist. Emil behauptete, übersinnliche Fähigkeiten zu besitzen, als aber seine Talente unter wissenschaftlichen Bedingungen getestet wurden, verschwanden sie auf magische Weise, dass man schon an seine Fähigkeiten glauben müsse, damit sie wirken können. Und wenn man es dann nicht testen kann, dann sagt man einfach, na, da müssen wir noch mehr testen und das und da müsst ihr ja bloß noch mehr dran glauben. Alle anderen sind ja dann irgendwie, ja, blöd, leider auch kein Argument halt. Oder die Fangfrage kennt auch jeder. Du hast eine Frage gestellt, die eine implizite Annahme beinhaltete, sodass man die Frage nicht beantworten kann, ohne der Annahme zuzustimmen. Ist ja oftmals im Shit-Test verpackt, wenn man zum Beispiel hier die Eltern der Frau kritisiert, dass vor allem die emotional unreifen Frauen so einer Kritik dann entgegnen. Ja, hast du etwa meine Eltern oder so? Und hier kannst du ja gar nicht richtig antworten, indem du sagst Nein oder Ja, weil wie du antwortest, ist es ja schon hier eine Falle und zum Teil natürlich auch ein Strohmann. Bei solchen Dynamiken heißt es immer Vorsicht auf der Baustelle und raus aus dieser Situation. Beweislastumkehr, auch der Klassiker. Du hast gesagt, dass die Beweislast nicht bei der Person liege, die etwas behauptet, sondern es die Aufgabe von jemand anderem sei, die Behauptung zu widerlegen. Und das ist halt auch immer dieser Aspekt. Wenn man eine Behauptung stellt, egal zu welchem Thema, muss man natürlich selber dieses Thema beweisen. Wie heißt schon so schön? Vor allem die extraordinären Behauptungen erfordern extraordinäre Beweise. Die Mehrdeutigkeit, du hast eine sprachliche Doppel- oder Mehrdeutigkeit ausgenutzt, um Irre zu führen oder die Wahrheit zu verdrehen. Das ist ja wirklich einer der Grundpfeiler auch der Postmodernisten. Ja, Verwischung der Grenzen, indem man hier bestimmte Wörter nimmt und da auch Mehrdeutigkeiten ausnutzt. Der Mitläufer oder Argumentum ad populum, dass man eben sagt, ja, die Masse macht das oder 97% der Leute machen das. Dieser Klassiker, das haben wir doch schon immer so gemacht. Leider halt auch kein Argument, weil hier versucht wird, eine Form von Nachweis aus der Tatsache abzuleiten, dass nur weil etwas populär ist oder von vielen Menschen getan wird, dass es zwangsläufig der Realität entspricht. Sehen wir ja bei der Blue Pill, da könnte man ja auch sagen, ja, 95% der Bevölkerung machen hier diesen Blue Pill-Schwachsinn mit, also muss das doch der Realitäten sprechen. Leider sehr selten der Fall. Hier die Eminenzbasierung oder das Autoritätsargument sehr häufig auch zu sehen, dass man eben sagt, ja, der hat Recht, der andere hat Unrecht, weil der einen Doktortitel mehr hat. Weil dadurch lassen sich ja viele täuschen, weil sie sich dann denken, oh, Autorität. Und das hat dann irgendwie was auf den Wahrheitsgehalt des Gesagten zu tun. Oder wenn sie dann meinen, dass ein Video mehr Likes hat als ein anderes, dass es aufgrund dessen mehr richtig liegt. Völlig wurscht, wie viele Likes oder Dislikes da sind. Auch hier zählt natürlich im Kern immer die Qualität des gemachten Arguments. Klar ist es immer ein Indikator, wenn jetzt ein Professor in einem bestimmten Bereich sich gut auskennt und hier was sagt, dass der eher dazu neigt, die Thematik richtig verstanden zu haben. Aber man muss trotzdem immer auch sein eigenes Gehirn benutzen. Rainer war der Ansicht, dass biologische Evolution nicht wahr ist, konnte seine Position aber nicht verteidigen. Stattdessen sagt er, dass er einen Wissenschaftler kenne, der Evolution ebenfalls infrage stellt und vermutlich kein Primat ist. Oftmals auch von den Kreationisten, entweder den Sozialkreationisten oder halt die regulären Kreationisten, die glauben, dass vor 6000 Jahren der unsichtbare Mann uns erschaffen hat, muss man halt auch immer sehr kritisch sehen, auch wenn sie einen Doktortitel haben. Induktion, Deduktion, sehr interessant auch die Trugschlüsse der Division oder Komposition, dass man eben vom Einzelnen aufs Ganze schließt oder vom Ganzen aufs Einzelnen. Hier muss man natürlich immer, vor allem auch bei Menschen, selbst wenn man Gruppendurchschnitte hat, nach dem Individuum auch gucken, dass es hier natürlich nicht immer vom Einem aufs Andere zu schließen ist. Das Gleiche sehen wir natürlich auch hier in dem ganzen Red Pill Aspekt. Trotzdem gibt es natürlich statistische Durchschnitte. Kein echter Schotte, den sehen wir auch ab und zu. Du hast etwas benutzt, was man als Appell an die Reinheit bezeichnen könnte, um berechtigte Kritik oder Fehler in deiner Argumentation abzuweisen. Wie auch mal hier eine Feministin behauptet hat, ja, na, ich bin hier die echte Feministin. Die anderen, na, die sind ja ganz anders. Oder auch manche Dread Cucks, wie es ja zum Teil auch abwertend verwendet wird, die dann sagen, na, der Ginozentrismus im Traditionalismus, den gibt es gar nicht. Weil Traditionalismus ja eigentlich irgendwas im Mittelalter war. Ja, dadurch wird ja der reguläre, ginozentrische Traditionalismus reingewaschen, was man aber halt leider nicht machen kann, weil es ist ja dann kein echter Traditionalismus. Trotzdem muss man hier das Ding als Gesamtheit irgendwo auch betrachten, wo man ja immer wieder das sieht. Es gibt hier, um anzufügen, auch Möglichkeiten, Traditionalismus weiterzuleben. Man muss halt nur diese ungute, ginozentrische Komponente mit der weiblichen Unterverantwortlichkeit rausnehmen. Der genetische Fehlschluss heißt, du hast etwas als gut oder schlecht befunden, in Abhängigkeit davon, woher oder von wem es kam. Hier ein schönes Beispiel. Als der Politiker in den 6 Uhr Nachrichten der Korruption beschuldigt wurde, antwortete er, dass man mit Meldungen in den Medien vorsichtig sein müsse, da wir ja alle wüssten, wie unseriös Medien sein können. Das wird mal bestimmt in Zukunft aussehen, dass man hier sagt, okay, weil dieses Video auf YouTube publiziert wurde, kann es ja gar nicht der Wahrheit entsprechen, weil man hier ja auch zum Teil so einen bestimmten Angriff dann auf die Quelle machen möchte. Aber wie vorhin schon mal gesagt, im Kern geht es ja immer wieder um den zentralen Punkt des gemachten Arguments. Auch hier sehr wichtig, das zu erkennen. Schwarz-Weiß-Malerei. Du hast zwei Alternativen als die einzig möglichen präsentiert, während es tatsächlich mehr Möglichkeiten gibt. Ja, auch klassische NPC-Taktik irgendwo, dass man nur zwischen 0 und 1 differenzieren kann oder halt auch ganz oder gar nicht. Dabei gibt es ja auch bestimmte Bereiche eines grauen Spektrums, dass es nicht immer ganz oder gar nicht ist. Wie schon mal bei Star Wars, nur ein Sith handelt in absoluten. Hier im Red Pill Bereich ist es ja auch so, dass man nicht entweder nur ein MGTOW-Monk sein kann oder eben ein Blue Pill NPC, sondern da gibt es natürlich auch Zwischendinge bei diesen beiden Möglichkeiten. Der Zirkelschluss. Du hast ein zirkuläres Argument verwendet, bei dem die Schlussfolgerung bereits in der Prämisse enthalten war. Wenn man jetzt hier zum Beispiel ein Buch hernimmt und sagt, ja, das Buch entspricht der Wahrheit, weil es ja in diesem Buch so formuliert wurde. Das Gleiche kann man auch aufs Tomasic Oswald beziehen. Da muss nicht unbedingt immer alles der Wahrheit entsprechen, nur weil es halt da so drin vom Rollo beschrieben wurde. Auch hier heißt es immer, kritisches Denken niemals abschalten. Appell an die Natürlichkeit. Du hast argumentiert, dass nur weil etwas natürlich ist, es deswegen auch gültig, berechtigt, unausweichlich, gut oder vollkommen sein muss. Das ist ja auch dieser Natürlichkeits-Bias, dass die Menschen immer mehr dazu neigen, wenn sie nur natürlich lesen, dass sie dann das automatisch irgendwo mit besser assoziieren. Aber nur weil es in der Natur jetzt zum Beispiel so ist, dass der Löwe das Löwenbaby von einem anderen Erzeuger auffrisst, heißt das noch lange nicht, dass man hier das als moralische Norm für die menschliche Zivilisation hernehmen kann. Das Anekdoten-Argument. Du hast eine persönliche Erfahrung oder ein einzelnes Beispiel anstelle eines soliden Arguments oder überzeugender Beweise verwendet. Das hören wir auch sehr oft, wenn man hier unschöne Wahrheiten im Red Pill-Bereich ausspricht, dass dann wieder jemand herauskommt von der Nicht-Alle-Polizei und meint, oh ja, die Tochter von meinem Postboten, bei der ist es aber ganz anders. Die hat einen unter ihrem Status geheiratet. Ausnahmen bestätigen immer die Regeln. Man muss hier immer auf die statistischen Durchschnitte gucken. Also bringt es auch nichts, wie ich ja schon mal angebracht habe, mein Vater zwei Schachteln am Tag raucht hat, 20 Jahre lang und jetzt mit 80 immer noch perfekte Gesundheit genießt, ist es ja nur eine Anekdote und widerspricht nicht der Aussage, dass Rauchen tödlich ist. Der Zielschreibenfehler, du hast hier nur Daten herausgepickt, die dein Argument belegen oder du hast ein Muster gefunden, das deine Mutmaßung stützt. Das haben wir vor kurzem ja auch erst da gesehen, wo eine Studie rauskam, da ging es um das Mosaik-Gehirn, dass man eben gesagt hat, ja, Männer und Frauen haben da dieses Mosaik-Gehirn, das kann man eigentlich fast schon so hier quasi gestalten, wie man möchte, der Gleichheitswahn. Aber was hier in diesem Kontext nicht medial berichtet wurde, ist, dass es einen riesigen Batzen an Studien gibt, die eben im Durchschnitt unterschiedliche Gehirne bei Männern und bei Frauen immer wieder auch in diesen Ephemerie-Untersuchungen zeigen, indem man dann endlich eine Studie hat, die dann den Gleichheitswahn wieder bestätigt und das dann als repräsentativ hergenommen wird. Cherrypicking heißt es im Englischen, auch ein Klassiker. Und hier kommen auch zum Schluss, nämlich dem Fehlschluss der goldenen Mitte. Du hast ein Kompromiss oder ein Mittelding zwischen zwei Extremen als die Wahrheit dargestellt. Beispiel Heike sagte, dass Impfungen Autismus bei Kindern verursachen würden, aber ihr wissenschaftlich gut informierter Freund Klaus weiß, dass diese Behauptung längst widerlegt ist. Ihre Freundin Angelika bot darauf den Kompromiss an, dass Impfungen für manche Autismusfälle verantwortlich sein müssten, nur eben nicht für alle. Und da sehen wir halt auch den Klassiker, dass hier nicht kompletter Schwachsinn mit der Realität vermischt werden kann und man irgendwo sagt, ja, Blue Pill, Dynamiken und Red Pill muss man sich irgendwo in der Mitte treffen, weil es halt leider auch hier dieser Fehlschluss der goldenen Mitte ist und man halt hier immer wieder auch versuchen muss, zumindest mit der Wissenschaft näher an die objektive Realität ranzukommen, anstatt irgendwelche falschen Kompromissen mit diesen Blue Pill-Aussagen dann einzugehen. Also, ich hoffe, ich konnte euch das Thema näher bringen und wenn es euch gefallen hat, liken, kommentieren und abonnieren. Wir sehen uns. Pfiat's Eich!